Bijan zeigt euch jetzt Karate-Techniken, die ihr auch zu Hause üben könnt. Er wird euch Kisamizuki zeigen, Gyakuzuki, Mawashigiri mit dem vorderen Fuß und Uramawashigiri mit dem vorderen Fuß. Bijan wird jede Technik dreimal machen. Ihr könnt zu Hause rechts vor und links vor die Techniken ausführen. Bijan wird das jetzt nur rechts vor machen. Jeweils dreimal jede Technik. Jeweils dreimal jede Technik. Jeweils dreimal jede Technik. Jeweils dreimal jede Technik.